Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einer neuen Karriere, zu einem neuen Spiel und zwar zu Need for Speed Rivals. Ich habe mir jetzt mal die Karriere als Kopf ausgesucht und werde euch erstmal eine kurze Übersicht geben, was denn so alles passiert ist bisher. Dazu erstmal Karriereübersicht und das erste Video heißt erster Einsatz. Wenn wir das Licht einschalten, müssen wir gewinnen. Sonst glauben die Leute, wir können sie nicht schützen. Im Endeffekt sorgt Angst für Respekt. Und wer die undankbare Masse gefährdet, die wir beschützen, auf den gehen wir los. Mit allem was wir haben. Genau. Daraufhin haben wir erstmal eine kurze Streife gemacht. Haben nochmal kurz ein Enforcer Rennen gemacht. Und daraufhin ergab sich dann Kapitel 2. Harte Bandagen. Nachdem ein Street Racer ein Video im Internet veröffentlicht hat, nehmen sich dies andere Fahrer zum Vorbild und laden ähnliche Videos hoch. Es scheint, als wäre aus einer ehemaligen Untergrundsportart eine Art-Virale-Reality-Show mit Fahrern, die alles dafür tun, Berühmtheit zu erlangen. Wahrnehmung ist Realität. Recht und Ordnung gibt es nur, wenn Leute daran glauben. Heute glauben sie weniger daran als gestern. Sie sehen, wie Racer ohne Folgen Gesetze missachten. Und wenn Gesetze wirkungslos sind und nur noch höfliche Vorschläge, dann bricht die Gesellschaft zusammen. Uns wirft man Einschüchterung vor. Dabei ist demonstrierte Gewalt, angewendeter Gewalt, klar vorzuziehen. Und wenn demonstrierte Gewalt nicht mehr aushalt, muss man manchmal doch das einzig Wahre tun. Ob nun eingesetzte Gewalt wirklich das Wahre ist, wage ich mal kurz zu bezweifeln. Aber trotzdem haben wir uns natürlich der ganzen Sache angenommen, haben eine Streife gefahren, eine Undercover und hier Mission gemacht. Und sind jetzt bei der fünften Speedlist, haben uns wieder für die Streife entschieden und wir müssen jetzt einfach nur zehn Racer von hinten ran. Das ist jetzt so unsere Aufgabe. Wir kriegen, wenn wir das schaffen, ein BMW M6 Coupé. Und damit, würde ich sagen, können wir auch gleich einfach mal starten und verlassen einfach mal die Garage. Was machen wir nun? Was ist das hier? Ne, Schnellinsatz ist doof. Ach, ich fahr einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Starte einfach mal hier. Genau. Starte und dann fahren wir einfach mal ein bisschen rum. So, da sind wir schon auf der Straße und dann wollen wir doch mal schauen, wie wir das hier so machen. So, wir sollen also jetzt einen Racer verfolgen. Da haben wir doch schon einen. Da haben wir unseren Racer, den wir jetzt verfolgen werden. Schauen, vielleicht kriegen wir den ja auch. So, den müssen wir ja von hinten treffen, von der HUR. Ich muss ja auch die Leute von hinten rammen. So, da würde ich natürlich interessieren, wo der Racer jetzt ist. Da hinten ist der Racer. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Hilfe. Schaffen wir auch alleine. Und ich bin auf Platz 1, weil der Speedwall ist natürlich auch interessant. Oh, jetzt habe ich meinen Kollegen hier so ein bisschen aufgehalten. Das ist natürlich sehr schade. Aber wir haben ihn ja noch im Blickfeld. Da hinten ist er noch. Wow. So, den Racer hätten wir verhaftet. Fünfmal haben wir ihn schon erwischt von Händen. Das ist schon mal richtig gut. So, und ich sehe jetzt schon den nächsten, allerdings hänge ich jetzt hier fest, na toll. Ah, so. So ein bisschen buggy ist es ja schon mal. So, den wollen wir uns noch holen. So, das ist ein bisschen nervig gerade, weil es ein bisschen buggy ist noch. Das kann aber wie gesagt auch noch. So, das ist ein bisschen nervös. So, der wird richtig Spaß haben, der Kollege da drüben. Batsch, batsch, batsch. Modder, modder, klackermatsche. Überhol doch mal, eigentlich nicht so. Der Racer hat das Nagelband getroffen. Achtung, die Reifen des Verdächtigen sind geplatzt. Das ist natürlich wirklich unwinnig, dass hier natürlich auch noch die Seitenteile fehlen. Wozu gibt es denn eine Leitplanke, wenn sie nicht da ist? Oh, ich komme. Ich glaube, ich denke, es wird nichts mehr mit der Seite. Alle Einheiten, alle Einheiten, Verfolgung eines Racer. Alle nahen Einheiten an Positionen werden unter Folgendem auch mit der Unterstützer-Unterstützung. Oh. Oh. Jetzt hoffe ich, dass du die Anführst. An alle Einheiten, vollverdächtigen Kup 10, 450. Alle Offen sind in der Nähe, bitte wählen. Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed-Racer-Verfolgung. An alle Einheiten, eingreifen. Ja, los. Gib doch mal Gas da. Dich kriege ich noch. Dich kriege ich noch. Du wirst mir nicht entkommen. Ruhe, kommst mir nicht. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 10,51. Officer fordert Verstärkung an. Schwerer negativ, Kup 8 Racer in Bulls gefahren. Ich bin mit Kup 3 hinter mir an den Racer, noch für den Blutheilz hier. Benötige Hilfe durch alle verfügbaren Einheiten im Umkreis. Auf. So, der eine Kollege, der wird nicht lange mehr da sein. Dafür werde ich Sorge. So, Nummer 1 ist durch. Und der andere da vorne, den kriegen wir auch noch. Dich kriege ich, Freundchen. Dich kriege ich. Oh, ich bin schon am nächsten dran, also kommt zur Höhe. Ich bin da nicht ungeduld. Das muss stressig sein. So, wo ist jetzt mein Verdächtiger? Verdammt! Da ist er weg. So ein Mist. Ein Bug, ein Bug, oh Mann. So ein Scheiß. Naja gut, ich werde jetzt mal kurz schneiden und wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder. Sorry, Leute, hat leider eine Minute länger gedauert. Ich habe es irgendwie verpennt, gerade beim Beginn der Verfolgung wieder die Aufnahme zu starten. Aber jetzt sollte das auch wieder weitergehen. Und ihr seid ja auch schon mit drin. Da ist er. Da ist er. Ich kriege Bons! Und damit wäre er fällig. So. Und nun, ab zum Hauptquartier. Genau, nächster Kommandoposten. Ist in nicht mal einem halben Kilometer, das ist doch schick. Ich habe ein paar Racer abgehalten. Und damit ist der Kommandoposten erreicht. Yeah. Yeah. Wuhu, 48.000 Pokten, juhu. Rang erhöht. Neue Verfolgungstechnologie. Neue Wagen verfügbar. Wuhu. Und der BMW. Wow. Damn. Der Bürgermeister besuchte heute Officer John McManus, der mit Verletzungen im Krankenhaus von Redview County liegt. Der Sachschaden durch Straßenrennen in Redview County geht in die Tausende. Aber nun ist zum ersten Mal eine Grenze überschritten worden. Newtons Gesetze besagen, dass jede Aktion eine gleiche, entgegengesetzte Reaktion erfordert. Und Gewalt muss mit Gewalt erwidert werden. Auf exzessive Gewalt muss angemessen reagiert werden. Die Racer haben gezeigt, dass sie Grenzen überschreiten, um mutwillig die Gesellschaft zu zerstören. Und um diese zu schützen, müssen wir dasselbe tun. Und unserem Feind zeigen, dass er es ist, wer in Gefahr ist. McManus wird nicht das einzige Opfer sein. Soll ich genauso. Und deshalb würde ich sagen, werden wir Gerechtigkeit für diesen Polizisten erfordern. Und nun, was machen wir denn? Was wirklich geschah. Ja, wir werden wieder in Forza werden jetzt mal gucken, ob wir nicht die Wagen wechseln können. Und ich kann immer noch keinen neuen Wagen wechseln. Das ist natürlich richtig bitter. Schön, dass hier ganz viele tolle Aufgaben sind. Ich kann nicht mehr wissen, er muss ja sehr müssen wir hier ist das ist glaube ich mal am unternehmen ich glaube ich bleibe auch dabei der ist gut aber wenn die verfolgungstechnologie nehmen in kini straßen springen die straßensperren 8 wir machen jetzt einfach mal die straßensperre ich sage das mal danke fürs zuschauen um wir sehen uns beim nächsten paar wieder und haupt ihr haut rein leute tschau tschau